Musik Lassen Sie Ihr Kind spielerisch in die Welt des Klangs eintauchen und wecken Sie das Interesse für die Musik. Die Musikschule Urige Klänge in Karlsruhe ist dafür genau der richtige Ort. Schon im Mutterleib sind Kinder empfänglich für Musik. Mutter-Kind-Gruppen bieten den Rahmen für eine intensive Begegnung mit Rhythmus und Melodie. Vom dritten Lebensjahr an kann mit der musikalischen Erziehung begonnen werden. Ab dem fünften Lebensjahr bekommen interessierte Kinder bei Urige Klänge bereits Unterricht auf einem Instrument. Klavier, Gitarre, Violine, Flöte, Schlagzeug, Trommel und mehr. Das Spektrum der Musikschule ist so breit, dass jedes Kind sein Lieblingsinstrument finden wird. Bahnfrei für die jungen Musiker. Auch Jugendliche und Erwachsene werden von den derzeit acht Musiklehrern unterrichtet. Sie alle sind professionelle Musiker, die ihre Liebe zur Musik begeistert weiterzugeben verstehen. Informieren Sie sich über die Musikschule der Diplompädagogin und Musikerin Ricarda Knapp auf www.urige-klänge.de www.urige-klänge.de